Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Es kann wieder einmal losgehen. Die Jungmannschaft will aufbisten. Und darum haben wir uns den Winter gerade ins Studio geholt. Aber was der Skiplausch für das Familienbudget bedeutet, das wissen alle, die so kleine Weltmeister zu Hause haben. Und darum kommt jetzt GOP mit der modischen Dextar-Skibekleidung für Kinder zu Preisen, die für die Schweizer Spitzenqualität einmalig sind. Ja, das Ski-Dress von der Claudia und von der Esther sind aus 100% Nylon-Taslan. Und es hat eine Kapuze, es ist zweiteilig und wie alle Modelle ist es Antigliss, also rutschfest. Und jetzt ab auf die Piste. Und da von der Piste kommt gerade der René, der grosse Rennfahrer. Er hat eine topmodische Ski-Jacke aus 100% Nylon-Blüm. Und zeige mal schnell, da haben wir noch einen Strickborden. Dann hat er ganz rassige Skihosen mit den wattierten, praktischen Knieschoner. Ja, und da haben wir die beiden Ski-Kanonen, die Isabel und der Mario. Sie tragen einen originellen, zweiteiligen Ski-Dress aus 100% Nylon-Taslan, wo es bei GOP in verschiedenen Farben gibt. Und da haben wir auch Skihandschen aus Vinyl. Und die gestrickten Kappen sind bei GOP in verschiedenen Modellen erhältlich. Die Textar-Skibekleidungen für Kinder, die gibt es in allen grösseren GOP-Centern, kommen und in GOP-Warenhäusern. Und ich sage es gerade nochmal, zu Preisen, die für diese Spitzenqualität einmalig sind. Die kleinen Weltmeister fahren natürlich mit den Ski-Marken der Grossen. Und GOP hat ein Jugendski-Programm mit den bekanntesten Qualitätsmarken wie Fischer, Kneissl und Rossignol. Besonders günstig bei GOP sind die Skisette mit den bewährten Bindungen, geprüft von der Beratungsstelle für Unfallverhütung. Den attraktiven Kneissl Olympia-Racer gibt es bei GOP mit einer montierten Tirolia-Bindung. Und den neuen Fischer-Commander kann man mit einer montierten Salomon-Bindung haben. In den ganz grossen GOP-Centern und in den GOP-Warenhäusern finden Sie jetzt alles, was Ihre Jüngsten für den Wintersport brauchen und eben zu günstigen Preisen. Und jetzt? Ski-Heil und auf Wiedersehen bis zum nächsten Mittwoch. Um die gleiche Zeit. Aber achten Sie jetzt noch auf die Aktionen, die gerade kommen. Die Kinderskibekleidung gibt es jetzt bei GOP besonders günstig. Das gleiche in der Ski-Dress 45 bis 49 Franken. Die Kinderblümjacke-Texstar 35 bis 55 Franken. Die Kinderrennhose-Texstar 45 bis 60 Franken. Und die Kinderski-Dress-Texstar 45 bis 75 Franken. Und bis zum nächsten Dienstag ein Beutel Arnie Prussien nur 1,20. Ein Pack Caramanda Cambly nur 1,75. Ein Liter Coca-Cola statt 1,10 nur 80 Kappen. Eine Taube Colgate Fluor S nur 2,25. Und eine Taube Elmex nur 2,45. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag. Eine Schwarzwälder-Roulade nur 3,10. Und zwei Dosen feine Midibohnen statt 15 nur 14. Auf Wiedersehen bis zum nächsten Mittwoch. Um die gleiche Zeit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017